Ein neues Druidentraining 2.0 betritt die Bühne, das sich weiterentwickelt mit der Zeit und ein großes Update ist am Horizont aufgetaucht. Und damit willkommen zum Mittwochsupdate vom 31.07. Was erwartet uns heute und was für geile Aussichten gibt es eigentlich, was kommt bald auf uns zu? Als allererstes beginnen wir mit dem neuen Druidentraining, das ihr in Jalaheim beginnt, denn dort startet eine sehr kurze Questline, die die Hauptquest ein wenig weiterführt und im neuen Druidentraining 2.0 endet. Das sich über die Tage, die ihr es absolviert, immer ein wenig weiterentwickeln soll und auch noch ein wenig schwieriger und kniffliger werden soll. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Das ist tatsächlich auch schon alles für diese Woche, aber am Horizont tut sich etwas Neues auf, denn in der nächsten Woche kommt das groß angekündigte Rework der Heimatstelle. Denn Star Semper hat angekündigt, dass uns etwas Neues erwartet. Was das genau sein wird, ich habe schon einmal darüber berichtet, über das sogenannte Themen-Update und werde dazu morgen auch nochmal ein kleines Special bringen, um das ganze Thema so ein bisschen aufzufrischen. Seid gespannt und freut euch auf die nächste Woche und auf schon bald die NextUp in Jorvik für den August. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch das aktuelle Update gefällt. Wie gefällt euch das neue Druidentraining und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und schon bald zu einer neuen Runde Star Stable.